Ich tue mir auch immer noch hart, meinen Posteingang immer wieder zu finden. Das Ding benutze ich eigentlich schon gar nicht mehr, weil das jetzt so geil versteckt ist. Deswegen kriege ich auch weniger Nachrichten, weil nämlich kein Mensch diesen Posteingang mehr findet. Ja gut, das mit der Kommentarfunktion, das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Das war, das kann man schon mal als positiv bezeichnen. Aber man merkt schon total, dass Google da jetzt mit am Werk ist. Ich meine jetzt diese, der Google Plus Zwang, der dann auch noch dazu kam. Kleiner Camper, komm da raus. Und das ist ungünstig, gib mal kurz. Die Zentri-Gun ist bereit für Deployment. Kray! Die schnacken sind bereit. Die Schraubung sind in den Spielen! Wir gewinnen diese Spiele! Die Schraubung sind in den Spielen! Oh mein Gott. Ja. Oh, geilstes Visier. Applaus dafür. Stell das Ding jetzt irgendwo ab. Nein. Komm mal, Doggy. Antreten. Sie kriegen Ärger von mir. Ja. Ich bitte darum. Ich hab das Ding so öffentlich hingestellt, das hätte er eigentlich schon längst kaputt sein müssen. Wo sei, Doggy? Guard Dog killed in action. Satcom uplink enabled. Ja. Jetzt hab ich auf die Minimap geguckt. Scheiße. Also ich muss sagen, die Gegner sind schon ein bisschen blöder. Freundliche Satcom aktiv. Oh, Hund. Okay. Mission accomplished. Good day's work. Roger, I'm on it! Kann man fast nur Wasser trinken. Ich hab mein Leben lang immer sehr, sehr viel Wasser getrunken. Wasser schmeckt. Weil's nach gar nichts schmeckt. Ja. Ich mag mich nicht gut. Ichasti. War es nach gar nichts. Untertitelung des ZDF, 2020